Immobilien, Privattanzkurse in Kandel. Hier geht es um Ihren Tanzerfolg, also darum, dass Sie tanzen lernen im Umkreis Kandel über einen eigenen Privattanzlehrer, der Sie tänzerisch unterstützt und dafür sorgt, dass Sie tanzen lernen. Wunderschönen guten Tag, Ihnen seien Sie gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sian, Sian Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne sage ich Ihnen auch, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen, denn hier geht es also um Ihren Tanzerfolg. Wenn es für Sie interessant ist, über mich, dem ADETV, IHK, World Dance Council, Büdesiegel, ausgebildeten Privattanzlehrer, tänzerische Unterstützung zu sich nach Hause in Ihren Immobilienzonen, wenn das für Sie interessant ist, eine Lösung sein kann für Ihren Tanzerfolg, dann der Vorschlag, lassen Sie uns für Ihren Tanzerfolg in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder über die Nummer 0176 840 44 661.